ja servus hallo ja da kommt nun das letzte video für 2017 ja das jahr 2017 ist mittlerweile rum ich denke wir haben dieses jahr sehr sehr viel erlebt und ich sehe es einfach noch als chance euch noch mal alles in einem schönen video zusammenzufassen was wir so erlebt haben dieses jahr was ich noch ganz kurz erzählen kann ist statistik die ich ja besonders mag also es ist wahnsinn was 2017 los war ich sag nur so viel über eine halbe million klicks über 1,5 millionen minuten an wiedergabezeit 630 kommentare 3800 gefällt mir angaben das ist echt verrückt leute das ist wahnsinn das sind alles eure klicks eure minuten ich möchte mich ganz herzlich bedanken das ganze ssc 82 team bedankt sich dafür auch und ich möchte euch ganz gerne mal zeigen was haben wir 2017 alles so erlebt und deswegen sagen viel spaß beim video so 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 stop 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 ja also ich hoffe euch hat das video erst mal gefallen den jahresrückblick ich denke wir haben wirklich viel 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 in deutschland unterwegs 2018 wird es genauso werden aber wenn man vor der kamera steht läuft nicht immer alles perfekt es passieren auch so kleine missgeschicke die habe ich versucht alles so über das jahr aufzuheben und quasi ende des jahres auch ein agen das doch ja ja kommt gut rüber und wie gesagt am 7.01.2018 kommt der mustang um 11 uhr ich würde sagen kommt gut rüber ins neue jahr bis zum nächsten mal macht es gut Auf gehts! Auf gehts! Hallo! Take 463 Ist alles doof, aber ich meine mal... Willkommen beim Drehtag Alles gut, ich hab ihm komplett Schmerz gestalt. Es ist Sonntag Toll, ich weiß nicht, wie er drin bin Wir bauen heute eine Blackview Ist so geil, kannst du da schneiden Es ist so geil, so blöd War auf Aufnahme schon, wa? Nee, doch Du müsstest ja oben um ne Zeit laufen Okay Kein, ähm I know Es ist aber auch kein Ganz kurz Jetzt Jetzt Ich würde sagen Wenn ihr auch Bock habt Kommt vorbei Schauen wir mal die Ach, ich muss wieder reinkommen, ey Oh Auf einem Aussehen, das seht ihr jetzt Mann, was ist denn jetzt los, ey? Öfft schon, ja? Scheiße Servus und Hallo So Ja, ein neues Gesicht Ähm, wir fahren heute Ja, Quatsch Mal So Die Lust haben So Da war ein grüner Pfeil Die Leute, die jetzt nicht wissen, was Racer da draußen ist Gebe ich ganz gerne mal ne Beschreibung In der Beschreibung Klingt scheiße Verschreibung Was hat man? Nehmen wir Jetzt fahren die Autos Noch eins? So Fragen, Alter Sehr professionell Er hat leider keinen Adapter, dass man's rufschrauben kann Hätte ich dir wusste ich mal mitgebracht Geil Wir sind grad 200 kmh fahren und Tor fällt sich am Autobahn fest Stimmt Ja, dann wär's wieder kalt Das ging mir grad nicht im Kopf Unterhalten Und heute haben wir zudem ein ganz ganz besonderes Fahrzeug Egal ob jung oder alt Ja, Servus und Hallo Ja, da kommt ein weiteres Video vom 135i Vom M und alles so weiter Und ja Ja, Servus und Halt meine Kamera gerade Können wir mal ganz kurz unterbrechen Weil, hat er eigentlich recht Wir haben ein Problem Wir sehen grad zwar Motor und alles Aber uns nicht mehr Aber euch gar nicht mehr Und wenn wir vorher gehen haben wir die ganzen Autos Die Autos im Hintergrund So, jetzt bräuch ich ja wieder an Na Hallo Und wie gesagt Wir sind ganz ganz gespannt darauf Welche Zeit wir jetzt fahren 100 auf 200 und vor allem Welcher Ich geh gleich richtig auf Können wir nicht nochmal von vorne drehen So, wir wohnen Wir machen jetzt noch Mann Hehehe 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 Hehehe